Hey, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu deiner 2023 Yearly Reflection Session. Ich gebe dir heute als letztes Video von diesem Jahr dieses Ritual, das du für dich zu Hause machen kannst. Ich nehme mich einfach mit auf meine Weise jetzt, okay? Also ich habe nichts Spezielles vorbereitet. Es gibt in diesem Ritual drei Teile und wir gehen jetzt einfach alle nacheinander durch. Und es gibt auch drei spezifische Videos dann, also jeder Teil wird in einem Video sein. Das heißt, du kannst für dich entscheiden, ob du das ganze Ritual von vorne bis hinten machen kannst, machen möchtest. Oder ob du dir lieber eine spezifische Sache davon raussuchen möchtest. Die Meditation, die Yoga-Einheit oder die Reflection Session, okay? Also für deine Reflection Session, nimm dir, was du brauchst. Nimm dir deine Matte, nimm dir einen Tee, nimm dir was zu essen. I'm going all in. Ich habe noch Plätzchen. Ich finde, man darf auch noch nach Weihnachten Plätzchen essen. Für die Reflection Session am Ende brauchst du ein Journal. Du kannst es dir gemütlich machen, du kannst dir Kerzen entzünden, du kannst dir irgendwelche Duftsachen um dich rum schwingen. Für die Yoga Session bräuchtest du am besten ein paar Blöcke und wenn du möchtest auch gerne ein Kissen. Mach dir erstmal deinen Space ready, so wie du ihn brauchst, okay? Und dann legen wir los, wenn du bereit bist. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich.